Wechselfrei sind das eine Woche lang und jetzt verkack ich es da bei Jonas rausdeckt oder was? Gankeschön! Jawoll! So, wollten eigentlich nachdem ich die Kisten abgeliefert habe, die Shotaro fürs nächste Premium-Rennen holen. Funktioniert nicht mehr, ich habe kein Geld dafür. Ich bin King-Guard, Sohn-Hade, auch kein Geld. Nehmer, bist du fertig oder hast du was zu sagen? Halt dein Maul.